Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play Rainbow Six Siege. Diesmal nicht alleine, sondern mit Kevin und einmal dem Domi. Oh, ich habe einen gefunden. Wo sind wir denn? Oben. Oh, nein. Nicht gut. Ach, hier geht es oben gut. Nein, ich bin tot. Ich bin noch am Leben. Oh ja, ich sehe. Sehr gut. Er steht direkt oben an der... Ich sehe nur eine Karte jetzt irgendwie. Ja, ja. Wenn man alles ausgeschaltet. Ah, schade. Okay, was machen wir, was machen wir? Gehen wir lang. Ah, das Haus, okay. Ah, naja, das kenne ich auch. Das habe ich auch schon mal gespielt. War nicht online, aber... Da oben ist schon einer. Oder wie? Mach doch mal bumm. Okay, wir gehen alle oben rein. Krass. Oder du. Was ist das? Ich wollte da bumm machen, wo ihr bumm macht. Ich habe keine Ahnung, wo sie sind, ne? Ich gehe mal aufs Dach. Bumme aufs Dach. Geht's mal... Äh... Wie macht man noch mal... Ich möchte einfach mal eine Granade rum, ne? Ich habe keine Ahnung. Wie macht man noch mal nachkampfen? V. Äh, V, ja. Ah, V, wo war das? Boah. Zwei mich jetzt mal hier ab. Ich hatte gerade... Voll keine Ahnung mehr. Okay. Oh shit, ob das so eine gute Idee war. Da sieht's relativ... Oh! Ich bin irgendwie drinnen. In dem Fall... Haben wir sie gefunden. Mhm. Ich sehe es gerade. Gut. Jawohl, Knochen hier gar nicht. Sie verlassen sich. Sie verlassen, das sind Depp. Oh, oh. Oh. Jawohl. Boah, 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 boah. Feuerscheißernst. Shit, ey. Hm. Ist noch eins drüber, bin ich auch im falschen Stock. Ach shit. Glaube ich bin im falschen Stock, oder? Ah, ich habe sie gefunden. Echt? Da ist ne... Da ist ne verstärkte Wand. Wie komme ich hier hoch? Sie fragen. Ach hier. Moment, ich schlag von hier. Mit dem Hammer ein. Ah, oder ich bin tot. Lol, wo war der? Hauptsache, ich habe noch keinen Gegner gesehen. Okay, der liegt da ohne Scheiß. Im Liegen hat er mich unten durch erschossen. Oh nein. Ah, scheiße. Hier ist ein Gemma. Hier ist ein Gemma. Direkt. Ja, ich habe es bemerkt. Hm. Seid jetzt alle schon tot, oder was? Ist hier auch ein Gemma? Nee. Nee, ich noch nicht. Da wird's Kevin zu. Da drin. Ah, auch ein Gemma. Scheiße. Die liegen alle beide auf dem Boden drinnen. Du musst aufpassen. Direkt in dem Raum hinter der einen Tür, wo ich gestorben bin. Scheiße, ey. Die Musik. Was machst du da? Ah, der Typ. Okay. Ich komme hier nicht rein, Alter, Mann! Ja, ich habe meine Termitladung da oben platziert und die schon blockiert. Achso. Ja, ich weiß. Die ganzen Fenster sind blockiert. Ich gehe mal hier rein. Nein! Hä? Lol, wo war der jetzt? Der hat da durch die Wand durchgeschossen. Ja, das war bei mir genauso, ey. Boah, bin ich erschrocken. Die haben unter die Wand durchgeschossen. Was ein Assi. So. Was? Der war ja oben, ne? Ja, Treppe hoch und dann, ja, geht's da die Treppe hoch. Boah, bin ich erschrocken, ey. Du gehst jetzt da vorne rein. Loll. Da sitzt, da sitzt, da sitzt da. Da sitzt einer, ja. Oh Gott. Das fand ich happy. Mach wenigstens einen Kill. Stell dich tot. Da ist er. Ah, scheiße. Loll ey, die sind, ich glaube, die sind voll die Pros. Ich hab 20 Punkte, das reicht mir. Ich auch. Aber nur 114er ping, was zum Teufel. Boah. 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 Zwei Schüsse oder so. Oh shit, ey. Ja, wir machen das schon. Angreifen. Wir machen das schon. Ja, das bleibt mir noch übrig. Dacheldraht oder Nitrohandy. Ah, Nitrohandy. Oh shit. Ich will auch Nitrohandy. Das ist viel nützlicher. Ja. Ja, aber die Runde müssen wir jetzt holen. Oder mal ins Team offline gehen. So. Das hab ich schon beendet. So, Geisel ist da. Naja. Die, äh, Rüstung. Halt. Fenster. Kann der Kollege mal reinkommen? So. So, verteile ich, verteile ich mein Nitrohandys bisschen. Dann machen wir hier. Kanzlerplatte. Mann, das ist ne Wäste. Kanzlerplatte rein. Warte, lass mich mal durch. So. Wie platziere ich denn das Nitrohandy, ey? Das Nitrohandy, ähm, mittlere Maustaste. Wollen wir noch mal hier, oder? Nee, geh, 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 geh. Ah, okay. Ah, ja. Das ist sehr nützlich gegen Schilde. Aber was hab ich dann hier noch auf mittlere Maustaste? Was ist das? Hm. Oh, hier sollte ich vielleicht keine Sprengladung platzieren. Ist ja noch keine Autos hier drinnen rumgefahren, ne? Nee. Ja, die haben das auch noch nicht entdeckt. Ist sehr geil. Sehr gut. Ich markier's mal für die Leute. Ich schau mal ein bisschen am Boden, ob irgendwo was ist. Vergiss die Rüstung nicht. Jo, Rüstung ist, genau. Boah. Kann man hier oben irgendwie rein? Nee. Ja, doch, hier oben. Kann man aber rein. Wo? Von hier, neben dem Ventilator, oder? Nee, das sind Lichter. Nee, das sind Lichter. Kann man nicht durch? Ja, stimmt. Ah, nee, das sind Lichter, ja. Bereit. Ah, okay, dann mach du. Na, nein, das. Versteck ich die Wand hier noch? Blick auf den Tisch. Hm. Welche Wand tue ich mit Schockdraht? Okay. Ah, Schockdraht ist das okay. Das ist ja MP. Die machen wir auch mal. Hier ist ein Wagen drin. Drohne. Und schon einer tot. Moment, ich teile mal Schockdraht. Hier ist immer noch eine Drohne dran. Ich seh's ja nicht, ich seh's ja nicht. Hab's doch. Ich hab ja alles noch mit Schockdraht außen gemacht. Brüstung, okay. Die schießen hier rein. Gut machen. Leg mich auch mal hin. Kommen die da? Ja. Da. Tot, eins. Stark, stark, stark. Kompe. Granate. Gib dir rückendeig. Oh, Granate. Okay. Leg direkt hinter dir. Ich bin... Boah. Krass. Angeschossen. Oh, 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 oh. Kommt einer mit Schild. Hinter uns, hinter uns, hinter uns. Ich seh nix. Ah, ich seh nix. Ja, hinter uns im Fenster. Da steht ein Schild. Oh Gott. Nochmal hinter uns. Fuck, ey. Wie schnell töte der uns, ey. Wie schnell töte der einen, ey. Oh, krass. Oh, krass. Oh, krass, ey. Wie schnell waren die jetzt hier? Mach sie mich einfach weg. Krass. Krass, krass. 0-2. Ja, holen wir noch. Ja, holen wir noch. Ja, holen wir noch. Ja, machen wir noch. So, Frauenpower. Die scheinen so klasse Kegner zu sein, ey. So. Die machen das ziemlich gut. Hier ist gar kein Eingang. Haha. So. Wir fahren mal ein bisschen rum, hier. Oh, da rennt einer rum. Als wäre sie wieder oben. Sieht so aus, als wären sie wieder... Ah, ja. Da oben schon wieder direkt einer. Sie sind schon wieder wahrscheinlich da, wo vorne schon waren. Ah, da hinten sind sie. Gut. Sehr gut. Da wo markiert wurde. Ja, sehr... Ah, gefunden. Sehr gut. Gut gemacht. Noch 5 Sekunden. Ja, vor allem hab ich das Gang grad die ganze Zeit. Ja, haha. Haha. Einfach die ganze Zeit. Das gab gut Punkte. Ich bin echt schnell. Das war gut an. Das war schon Platz 1, Mann. Wow. Keiner hat einen Kill, doch. Das kann halt schon einen Kill, yeah. Ja. Aber ansonsten gar keiner. Wow. Voll die Pros. Ja, wir sind echt voll die Pros. Ey, ich spiel das Spiel zum ersten Mal, also. Ich spiel's auch zum ersten Mal, richtig online. Ne, ich... Ich... Ich hab schon die ein oder andere Runde absolviert, aber... Heute läuft's nicht so wirklich. Ich hoffe, die haben nicht gejammt. Ähm, warte mal. Warte mal. Ich hab ja meine Sprengladung. Ich kann ja drauf schießen. Warte, warte, warte. Ich brauch eine Sprengladung. Wenn du weggehst, dann hau ich das Ding weg. Ja, gejammt. Warte. Achtung. Warte mal raus auf den Sprengbereich. Wo ist es entdeckt? Ja, funktioniert auch nicht. Wegen Gemma. Aber das... Au. Das wusste ich nicht. Das wusste ich nicht. Weiß nicht. Back hier oben. Da ist noch ein. Wie machen wir's jetzt am blödsten? Ich wurde entdeckt. Weißt du, wo die Kamera hängt? Ich auch nicht. Ich weiß die ganzen Spots von den Kameras gar nicht. Da. Okay, ich hab mich jetzt von der Decke ab... äh, von... von der Dach... Dach... Dach ins oben rein abgesallt. Ich geh jetzt einfach mal in vorne rein. So, komm. Bin hier mit Oberwahn. Da sitzt einer in der Eingangshalle. Direkt links. Komm. Jawoll. Ich hab hier einen Gang frei. Ja, da bin ich auch gerade. Ich bin... Au, 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 au. Oh ja, meine Kamera ist schon noch hier. Alter, schieß ich schlecht. Juni, jungi, war einer. War der ein Schild? Aua! LOL! Der war draußen, der Typ. Ja, der ist draußen vorm Fenster. Ich glaub ich, der da auf mich gekürt hat. Alter, wo ist der? Ich seh' nicht. 15 HP. Ach, da draußen ist der. Ah, meine Kamera, die steht so... Und hier ein Stück. Ich glaub, hinter dir kommt einer. Mhm. Bin mir aber nicht sicher. Ich seh' den leider nicht. Äh, beim Schild ist einer. Bei Blitz. Bei... ...dem anderen Typen. Naja. Naja, da sind's aber auch dran, ja. Rechts vorm Schild ist einer. Seht ihr nicht. Warte, da bist du. Wir sind doch... Wo ist denn bei dir das Schild? Keine Ahnung. Ah, Blitz kommt da. Auf, geh voraus. Wo wär' ich denn hier? Jawohl. Ähm, der ist... Äh, gut. Ja. Hinter dem Sofa, oder? Ich glaub, da. Ja, nice. Und ich glaub, hinterm Schreibtisch ist noch einer. Scheiße. Wo war der jetzt? Boah. Boah, da kam noch einer von hinten. Und da sitzt noch einer hinter dem Sofa. Stimmt. Ah, fuck. Ja, gut. 3-0. Kann man nix machen. Easy win, was? Ja, normal, normal. Erste Runde. Kann man nix machen. Wo ist denn? Ja, gut. Dann verabschiede ich mich auch für heute. Wir sehen uns immer morgen bei mir wieder. Ja, bei uns. Dann... Ich muss da gucken, wie ich das hochgeladen krieg. Danke fürs Zuschauen. Ciao. Ciao.